Hallo zusammen! Unsere Warteschlange an der Fleischtheke ist mittlerweile virtuell. Wir haben die Pageranlage eingeführt, in den letzten Wochen sehr erfolgreich. Ich glaube mittlerweile haben sich viele davon überzeugen können, dass man nicht länger in der Schlange steht, sondern dass ich die Zeit einfach sinnvoll nutzen kann zum Einkauf. Und die virtuelle Warteschlange hat nicht dazu geführt, dass längere Wartezeiten sind. Es gab ein, zwei Probleme, weil wir vielleicht am Anfang den Rhythmus etwas zu lang gewählt haben. Auch das haben wir angepasst. Jetzt haben wir nur noch maximal drei Leute, die gleichzeitig aufgerufen werden und freuen uns somit aufs Pfingstwochenende. Wir konnten damit die Abstände im Markt vernünftig eintakten. Es funktioniert jetzt alles. Ein kleiner Tipp vielleicht noch für alle nach eurem Obst-Gemüse-Einkauf. Geht erst zu der Pageranlage, holt euch einen Pager und kauft ganz in Ruhe weiter ein. Somit habt ihr eure Einkaufszeit wirklich optimiert und seid schneller raus aus dem Markt als vorher. Habt keine überflüssigen Wartezeiten. Wir freuen uns, dass es so gut funktioniert und wünschen euch viel Spaß auch beim Pfingsteinkauf. Danke!